Jojojo, welcome back friends, seiner neuen Folge. FF7 Reboot. Nein, Steffheit Gold, alles von COG Star Energy, was Zero ist. Heute ist... Absolutly Zero, also, der hat den Schatz immer dringend mit Ginseng und Zeug. Demnächst verkosten wir auch andere. Also ich mach da keine extra Videos, aber... Joa, alle die dem hier beiwohnen wissen es ja. Wir gehen wieder rein in der Game, der niemals schläft. So. Sugarbohren. Oh mein Gott. Drei Wunsch auf Langstrecken gegen Starkgegner. Sigurds Versace hast du zehn erreicht, benötigte Rangsobordel. Ja. Ja, ihr Lieben. Für mich natürlich etwas belesen, Buch. Man sollte einen schönen Reitfunkel, also hier in der Ausrüstung gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Jetzt kommt... Oh, und das Spielstealdrop an. Ähm... Genau. Aber Pico soll der beste Reitfunkel sein. Die ganze Zeit. Von Anfang an. Die Robe ist, wenn man mit jemandem zusammenrempelt, dass man nicht zu viel Geschwindigkeit rolliert. Die Girobe. Und die Skopien-Schiene ist, wenn man von der Strecke abkommt, weil man es einfach verkackt. Also perfekt für mich gemacht. Das ist ja eine schöne Reitfunkel. Ich habe ein Runderschöner. Ähm, Geschwindigkeitsbus. Rennen im Druck. Witzfeder. Ein Streck-Neustabbel eigentlich? Oh. Sie haben aber kein Gebring-Streibsverlust. Das sind doch Nückenkinder wieder. Das sind doch Nückenkinder. 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 Nückenkinder. Das sind doch Nückenkinder. Das sind doch Nückenkinder. Gut. Wie geht es? N Podiumkinder. Ding. Gut. Ding! Dansk summit! Okay. Okay. Jetzt konnte ich vielleicht mal durch zusammenrampeln, wenn die blauen Einzug Oh, haben wir uns eigentlich gut rausgearbeitet, ne? Schutzt von der Strecke? Abkommen Ja Deine Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Danke. Stop! Was ist der pinpoint? Achso, das ist der Goldkopf hier. Ich wollte gar nicht sagen, das ist doch was ganz anderes. Achso, nö, kann ich nicht schon teilnehmen? Das ist geschlossen, aber egal. Wir machen trotzdem jeden hier. Gimmick, Sprungfangs. Achso, hier brauchen wir mit Rückbox eine Rennstrecke. Auf der meine Städel da wie lang die ist, leider. Achso, der Sieb. Ein Rennstrecke, auf der man seinen Kühlenkopf braucht, wäre nicht gut ausweichen müssen. Gutschportier einstellen. Unschaden sein. Hm, Patrick, was geht? Sorry, ich habe dich ganz überlesen. TTS ging ich doch nicht, oder? Wo PC zurücksetzen? Das klingt nicht gut. So, jetzt wie bei Mario Kart von Future NX drücken, ey. Ach, du Scheiße. Ja, ich erinnere mich. Erinnere dich, Simba. Oh Gott. Was denn jetzt hat meine ganzen Geschwindigkeitsdinger voll rum? Fit. Das klingt nicht gut. Aber wir haben uns trotzdem relativ gut vorgestellt, oder? Ich bin echt erstaunt. Aber wir haben uns trotzdem relativ gut vorgegangen. Ich bin echt erstaunt. So eine kleine Putze, kleine Putze, boom, ja, für jeden Rändler verlieren jetzt, ne? So, so, so. Oh, die ist im Falte, ist die so lang wie die andere, ne? Oh no, so gut ist der Fruchtpunkt, Manni. Ich hätte einen besseren Fruchtpunkt gedacht. So, so. Letzte Runde. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, jetzt auf der Karte, wir haben schon guten Fruchtpunkt rausgearbeitet. So, 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 so. So, 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 so. Test! Achtung, bei der ich hatte Silber und Gold. Ah, ok. Es gibt auch Silber und Gold. Dann geht's wie durch den Punkt zu den Juden. Mal gucken, vielleicht machen wir ein V2-2-Rennen? Ich weiß es noch nicht, wie wir es machen. Lasst euch überraschen, Freunde. Ich glaube, ihr lasst ein Abo da, hier oben im Beige. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis Peace, weil wir uns wiedersehen. Euer Arme.